Hoi zusammen, wir sind Lefty und Righty und wir dürfen euch unsere Kampagne für mehr Sicherheit beim Autofahren präsentieren. Angefangen haben wir so. Ich habe einen Traum, dass wir uns beim Autofahren nie mehr ablenken lassen müssen. Weil für was ist denn das Auto da? Zum Telefonieren oder SMS schreiben, zum Einstellen vom Namen oder zum Auswählen der Musik? Im Auto muss Autofahren wieder zur Hauptsache werden. Nur so werden unsere Strasse wieder sicherer. Ich habe einen Traum. Augen auf die Strasse! Augen auf die Strasse! Für die Presse gab es sogar eine virtuelle Pressekonferenz zur Lansierung. Nous vous présentons... Garde les yeux sur la route! Écrivez donc un article et contribuez ainsi à rendre les routes plus sûres. Le dossier de presse peut être téléchargé ici. Un grand merci de votre attention. Dann sind wir mit lustigen Spots im Web und im TV auf alle relevanten Themen eingegangen. Dieser Spot sagt, stell die Musik nicht beim Fahren ein. Die Botschaft hier? Schreib bitte keine SMS beim Fahren. Oh nein! Oh nein! Warum? Warum? Und da ist alles wegen dem SMS! Und zu guter Letzt, geh nicht während der Fahrt ans Telefon. Nein! Hier! Überall, wo man sich mit dem Thema Auto befasst, waren wir zur Stelle. Selbstverständlich waren wir auch online sehr aktiv. Auch da haben wir nie den Zeigefinger erhoben, sondern waren immer motivierend und positiv. Wir haben sogar unsere eigene App. Und die hat gemessen, wie viele Kilometer man ohne Handy zu benutzen gefahren ist. Und hat sichere Fahrer mit Benzingutscheinen belohnt. Ganz viel Lehrmaterial ging an Fahrschulen und Neulenker. Und nach nur einem Jahr hat unsere Mission schon sehr gute Resultate eingefahren. Nicht zu bescheiden. Die Resultate waren fantastisch. Unsere Kampagne hatte eine Reichweite von 33.378.392 Kontakten. Also hat uns jeder Schweizer Lenker und jede Schweizer Lenkerin mindestens 7,7 Mal gesehen. Im Web wurden unsere Banner, unsere Website und natürlich unsere Spots insgesamt über 17 Millionen Mal angeschaut. Unsere App hat 45.375 Nutzer. Und stell dir vor, über 3.000 davon fahren regelmäßig mit unserer App Auto. Kompliment! Selbst die Polizei hat unsere Kampagne übernommen. Unser primäres Ziel, Aufmerksamkeit für das Thema, wurde somit klar erreicht. Die Kampagne verzeichnete insgesamt eine Akzeptanz von 91 Prozent innerhalb der Zielgruppe. So haben wir die Straßen ein kleines bisschen sicherer gemacht. Also denken Sie bitte auch daran. Halten Sie immer die Augen auf die Straße! So, jetzt sind wir fertig, oder? Genau. Gehen wir. Du, das mit diesen 91 Prozent ist aber wirklich super. Ja, sicher. Du hast gewusst, 90 Prozent davon finden es wegen mir gut. Ja, wer es glaubt.